Darunter und gucken mal was uns erwartet Ja, ich weiß, dass da Kohle liegt, aber es ist hier eigentlich Und ich habe ein Zombie gehört Mist, wie ich aber auch immer da spawnen, wo man es am wenigsten erwartet Dann nochmal Da unten ist ein Creeper Oh oh, eine Spinne Eine Giftspinne Wenn ich jetzt sterbe, werde ich gewissermaßen sauer Ich muss jetzt irgendwie noch schaffen, zu irgendeinem Punkt zurückzukommen, an dem ich mich auch wiederfinden kann Ah, gut Anscheinend hält die Wirkung des Giftes nicht lange an Aber ich denke mal, dass es ausschlaggebend dafür, dass meine Futterleiste ziemlich voll ist Gut, jetzt ist die Frage, wo gehen wir jetzt lang? Ah, da geht Da oben warten die Nächsten Ach du Scheißvieh, das ist jetzt nicht wahr Wieder zurück Gut, zwar schnell Ich glaube das Leben rege... Ich spiele auf hart, ne? Ja Okay Also, mein Ziel ist es ja, in diesen Minenschächten, äh, Chests zu finden Wenn nicht sogar Diamanten Du Scheißvieh Ah, das gibt's doch nicht Also, entweder hab ich bisher immer Glück gehabt, oder... Scheiß, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich glaube an einer sehr ungünstigen Position Wenn das Scheißvieh jetzt hier runterkommt Ich schwöre dir bei Gott, ich werde es töten Kann man denn da oben eine Scheißfackel hinsetzen, sodass wir die Viecher nicht mehr... Spawn Das gibt's doch nicht Wie hab ich im letzten Fall gesagt genau? I think I spider Irgendwie muss man doch da irgendwie hochkommen Ich will diesen Scheiß-Mob-Spawner außer Gefecht setzen Das, ja, das Lied passt jetzt irgendwie absolut nicht Da ist er Das ist egal, ich mach den jetzt kaputt, ey Oh, oh, ich glaub, das haben die nicht gemocht Das mögen die anscheinend nicht Da oben ist noch eine Was fahren die sich gerade da oben? Anscheinend, ja Oha Olga, Sie haben hier immer noch nichts sauber gemacht Ich sehe hier immer noch sehr viele Spinnenweben Okay, jetzt ist die Frage die Wow Da war das, das war das erste Schwert, was jetzt den Geist aufgegeben hat Wurde eigentlich mehr gegen Spinnenweben eingesetzt als gegen Spinnen Ich meine, ich sehe es mal so Man kann sehr viel Wolle daraus machen Der Trick funktioniert jetzt wieder Ich glaub, das haben sie ja einmal, glaub ich, kurz rausgenommen Und dann, äh, haben sie es wieder reingemacht Ja Hallo Creeper Ich hab dich auch gern Eigentlich nicht, aber ich muss das jetzt sagen, damit du mich nicht angreifst Da hinten war ich anscheinend schon Ja, komm, ich fütter dich hier mit Seide Was hältst du denn davon? Weil ich bin nicht hier gelandet Okay Gehen wir mal da rüber Da scheint noch was zu sein Wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe Habe ich anscheinend nicht Da unten ist aber Gold Da ist eine Chest Da ist eine Chest Ah, Mann Scheiße Ich hab auch nie Glück mit diesen verdammten Chests Soll ich da runter? Ja, war auch wieder eine super Idee von mir Es ist doch immer so Ich fall irgendwo runter Und in 8 von 10 Fällen treffe ich auf irgendeinen Vieh Okay Wie komme ich jetzt hier runter, ohne dass ich mir alle Knochen breche? Gucken wir erst mal was hier hinten ist noch Wenn ich jetzt auf einen Mob-Spawner treffe, holler die Waldfee Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen? Moment Moment, habe ich das jetzt gerade richtig gesehen? Moment Aha Ich glaube ich habe gerade eine Idee gekriegt für einen Cobblestone Generator Wenn das funktionieren sollte, werde ich das mal gleich nachher ausprobieren Okay, wo ist das Vieh? Ah, da rechts Das sah eben aus wie ein Mob-Spawner War es aber nicht, nur eine Band Okay Ich grabe mich hier irgendwie immer tiefer rein Und ich habe irgendwie glaube ich schon jede Art von Orientierung verloren Und mein zweites 64er Stack neigt sich auch schon langsam dem Ende zu Und ich habe noch keinen Diamanten jetzt auf dieser Expedition gefunden Meine Chest Ich glaube aber schon, die hatte ich schon leer, ne? Oh nein, der war ich noch nicht Okay Ah, wir haben Gold gefunden Immerhin etwas Das ist noch mehr Gold Und ich will jetzt hier erstmal das Eisen abbauen Also Fackeln kann ich mir anscheinend hier noch genug craften hier unten So ist es ja nicht. Ich meine, Holz ist hier in Mengen vorhanden. An Kabelsäuren wird es uns auf jeden Fall nicht mangeln. Wo geht es jetzt weiter? Wir müssen wohl über da lang jetzt. Es ist ruhig. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir absolut nicht, dass es gerade so ruhig ist. Gut, aber hier ist anscheinend eine Sackgasse. Gut, dann müssen wir hier wohl geradeaus weiter. Nein, der ist ein Creeper. Der mich noch nicht gesehen hat. Gut. Pilze. Oh Mann, jetzt werde ich den Skype auch noch angeschrieben. Super. Ja, immer mit der Ruhe. Einen Augenblick, Freund. So, und da sind wir wieder. Oh, da ist der Creeper, den wir wahrscheinlich eben gesehen haben. Und da ist ein Skelett. Hallo Skelett. Oh, Redstone. Und wieder Melonensaat. Sehr schön. Ich bin ruhig. Bei mir. Oh Gott. Okay. Und jetzt mach dich.